Hallo zusammen, stellt euch vor, ihr fahrt auf der A3 in NRW von Ratingen nach Köln und ihr habt es wirklich eilig. Und dann seht ihr, wie plötzlich auf dieser dreispurigen Autobahn mehrere Reihen von Autos parallel auf allen drei Spuren fahren, offensichtlich abgestimmt miteinander, und anfangen gemeinsam immer langsamer zu werden. Ihr müsst auch abbremsen, die hinter euch bremsen auch ab, es gibt keinen offensichtlichen Grund dafür, so weit, dass ihr sogar stehen bleibt, mitten auf der Autobahn. Ihr seid gespannt, ihr denkt, ihr seid vielleicht mitten in einem Thriller gelandet oder in einem Geldtransporterraub oder sonst was, und wartet, wer da aussteigt. Und wer steigt aus? Es steigt aus, eine türkische Hochzeitsgesellschaft. Das Hochzeitspaar, der Schwiegeropa, alle steigen aus, fröhlich, machen mit ihren Handy Selfies, mitten auf der dreispurigen Autobahn. Hunderte und tausende Wagen stauen sich auf, sie scheren sich nicht rum, wütendes Hupen überall, sie winken nur ein bisschen und lachen schäbig den Leuten ins Gesicht. Als sie endlich mit ihren Fotos fertig sind, steigen sie gemächlich wieder in ihre gemieteten Luxuswagen rein und fahren davon. Der Stau, den sie hinter sich erzeugt haben, bleibt der Autobahn A3 noch mehr als eine halbe Stunde erhalten. Genau so geschehen mit einer türkischen Hochzeitsgesellschaft im März diesen Jahres. Und diese Berichte über türkische Autokorsos und Hochzeiten, die Autobahnen blockieren, die Innenstädte blockieren, die andere Verkehrsteilnehmer vollkommen respektlos und ohne jeden Anstand behandeln, von oben herab sie auch noch angrinsen, diese Berichte häufen sich leider in den letzten Monaten mehr und mehr. Vor allem in NRW und in Berlin dürfen wir das miterleben. Wieso ist das so? Wie kommt es dazu? Meines Erachtens gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens, die Türken und die türkischstämmigen Deutschen fühlen sich in Deutschland immer noch nicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft zugehörig. Sie fühlen sich ausgeschlossen in eine eigene Parallelgesellschaft, selbst wenn schon ihre Eltern in Deutschland geboren sind. Das liegt einmal daran, dass wir wirklich schlecht im Integrieren sind. Und ich meine wirklich im Integrieren, also im Aufnehmen in die Gesellschaft, im Willkommen heißen, als einen von unseren Ansehen. Darin waren wir schon immer schlecht und sind in den letzten Jahren sogar noch schlechter geworden. Das ist der erste Punkt. Wir drängen also Türken seit Generationen an eine Parallelgesellschaft und in dieser Parallelgesellschaft ist nur wichtig, was die Leute der eigenen Gesellschaft denken. Was also andere Verkehrsteilnehmer auf einer Autobahn denken, das ist dann vollkommen egal, spielt überhaupt keine Rolle. Das sind nur so wie Statisten. Wichtig ist nur, was die eigene Gesellschaft, die Hochzeitsgesellschaft in diesem Fall denkt. Das ist der eine Punkt. Man fühlt sich also ausgeschlossen. Aber die Schuld kann man daran nicht allein den Deutschen geben. Wenn Türken seit Generationen im Kopf immer noch nicht ihre Heimat in Deutschland gefunden haben, dann liegt das auch daran, dass sie immer noch in der Türkei verwurzelt sind. Dass seit Jahren zu Hause die Politik, die Gesellschaft, sogar das Wetter in der Türkei wichtiger ist, als das in Deutschland. Manche Familien hören sogar seit Generationen schon, dass sie bald wieder in die Türkei zurückgehen werden. Was sie natürlich nicht tun werden, weil sie dort nicht leben können, weil sie von der Türkei gar nichts wissen, weil sie die Türkei nur vom Strandurlaub im Sommer kennen. Das ist also eine Auswirkung des üblichen deutschen Integrationsdilemmas, wo wir Deutsche sagen, ihr müsst euch integrieren und damit meinen wir eigentlich assimilieren und die, die sich assimilieren wollen, wollen aber nicht, aber integrieren wollen sie sich vielleicht sogar auch nicht und dann gibt es diesen Konflikt der Parallelgesellschaften. Das ist das eine, aber speziell bei Hochzeitsgesellschaften gibt es ein weiteres, diesmal typisch türkisches und auch orientalisches Problem. Hochzeiten sind ein sehr wichtiges Prestige für die Familien des Hochzeitspaares. Ihr Rang, ihre Ehre, ihr Status in ihrer Gesellschaft hängt auch davon ab, wie pompös, wie großartig, wie luxuriös, wie gönnerhaft ihre Hochzeit ihrer Kinder war. Ja, in dieser Gesellschaft werden tatsächlich Menschen daran gemessen, wie luxuriös sie die Hochzeit für ihre Kinder veranstaltet haben. Wenn der Nachbar für seinen Sohn eine Hochzeit veranstaltet hat mit 10 Luxuslimousinen, dann müssen wir für unsere Tochter 20 Luxuslimousinen bereitstellen. Wenn der Nachbar seinen Sohn hat mit einer unglaublich pompösen Aufladung zu seinem Hochzeitssaal fahren lassen, dann muss unsere Tochter mit einem Hubschrauber zu ihrem Hochzeitssaal fahren. Wenn die Familie X vor 5 Jahren 500 Gäste hatte, dann müssen wir 1000 Gäste haben. Es ist für eine türkische Familie leider ganz normal, sich für die pompöse und völlig übertriebene Luxushochzeit zu verschulden, mehrere 10.000 Euro Schulden aufzunehmen, damit man diese Hochzeit überhaupt bezahlen kann, nur damit anschließend das Hochzeitspaar in die Zwei-Zimmer-Ghetto-Wohnung zieht. Das ist absurd, das ist Schwachsinn, ist aber so und dieser gegenseitige Überbietungswettbewerb führt dazu, dass man auch Autokorsos haben muss, dass die besten und coolsten Autokorsos natürlich die sind, die mitten auf der Autobahn stattfinden. In einigen dieser Hochzeitsgesellschaften kommt es für stimmt auch gar nicht schlecht an, wenn die Polizei sogar einschreitet. Zusätzlicher Bonus im Prestige. Das ist ein Riesenproblem. Das sind Auswüchse einer materialistischen, einer krankhaften Denkweise, die doch gerade bei der Hochzeit nicht zu suchen hat. Im Christentum und im Islam ist die Hochzeit etwas Heiliges. Eine Zeremonie vor Gott, die man voller Freude, aber auch voller Ehre und voller Segen mit seinen Freunden und seiner Familie teilen möchte. Das ist etwas Gutes, das soll man machen. Aber man soll doch nicht dann im Namen dieser Hochzeits anderen Menschen schaden, andere Menschen respektlos behandeln. Einfach sagen, mir ist vollkommen egal, wenn du deinen Bewerbungstermin und dein Bewerbungsgespräch verpasst. Ist egal, ich mache jetzt mein Selfie auf der A3. Und wie immer, wenn die Türken bei uns im Land als Repräsentanten der Muslime irgendwelche Fehltritte begehen, selbst wenn es nur ein ganz kleiner Teil der Türken ist, dann werdet ihr sehen, wie rechte Hetzer sich darüber freuen. Das Bejubeln, endlich mal wieder was gegen Türken schreiben zu können. Wir haben Recht. Bevölkerungsaustausch. Türken können sich sowieso in keiner Gesellschaft anpassen. Die wollen nur unser Land für sich haben, bliblablub, ihr kennt das ganze Geschwurbel. Geht mal in Facebook rein und sucht mal einfach nur nach Autokorsos. Ihr werdet die ganzen AfD-Kreisverbände sehen, wie die sich über solche Berichte sowas von freuen. Genüsslich auf deren Zungen. Deswegen an unsere türkischen und türkischstämmigen Mitbürger. Ihr habt Recht damit, dass ihr die Hochzeit ehrt, dass ihr die Hochzeit und die Ehe feiert und eine einer Zeremonie mit euren Freunden und Familien teilen wollt. Und ihr habt auch Recht damit, dass ihr nicht der Mehrheitsgesellschaft folgt, die leider gerade droht, in einem Strudel aus Familienfeindlichkeit und der Homo-Ehe unterzugehen. Macht die Mehrheitsgesellschaft nicht nach, bleibt bei euren Hochzeiten und der Ehe, zieht Kinder auf, gut so. Aber damit eure Ehen auch nach Vorstellung der göttlichen Religionen heilig sein können und ihren Segen entfalten können, müsst ihr den Anfang in der Hochzeit auch heilig und ehrenhaft gestalten. Nicht luxuriös, nicht materialistisch und schon gar nicht, indem ihr andere drangsaliert, beleidigt oder dabei respektlos behandelt und dann auch noch den Hetzern, die in unserer Gesellschaft gerade große Probleme machen, Munition dabei liefert. Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr der sogenannten Mehrheitsgesellschaft zeigen, was Familie und Ehe und Kinder aufziehen wirklich bedeuten und dann können wir alle von euch lernen, anstatt uns über euch aufzuregen.